Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Ja, es ist wieder Freitag. Wir werfen einen Blick auf einerseits die Ripple oder XRP-News und natürlich auf den Chart, so wie jeden Freitag. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalkuppe rein. Wenn ihr Bock habt auf irgendwelche XRP-Updates, Chart-Analysen oder sonstiges, join da gerne rein. Link unten in der Videobeschreibung bzw. in den Kommentaren. Und damit würde ich auch sagen, gehen wir einfach direkt rein. Und zwar, man sieht schon, es hat sich sehr, sehr wenig verändert. Wir befinden uns immer noch in diesem Falling-Broadening-Wedge. Wir kämpfen hier einerseits mit den obergen Widerständen. Nach unten hin haben wir es nicht mehr getestet. Es hat sich einfach nichts getan seit einer Woche. Und das haben wir ja schon vor ein paar Wochen immer mal wieder angesprochen. Uns fehlt einfach die Liquidität. Uns fehlt die Newslage, uns fehlt die Liquidität, weil Ripple weiterhin nicht bei Coinbase gelistet ist, auch wenn es da so ein bisschen Rumor hat in den letzten Wochen immer mal wieder. Es hat sich nichts getan. Wir traden hier bei 0,39 US-Dollar Cent weiterhin in unseren oder an unserem Widerstandsbereich. Wir sind in die rote Box reingekommen. Darüber haben wir gesprochen. Das war so dieser Punkt, der relativ wichtig war. Ich müsste jetzt nochmal nachdenken. Ich glaube, hier war einerseits die Ineffizienz und natürlich genau hier war auch das Golden Pocket. Also dieser Bereich wurde getestet. Das ist schon mal das einzige positive Zeichen, zumindest hier auf dem Daily-Timeframe. Wir schauen uns das Ganze mal ganz kurz noch auf den kleineren Timeframes an. Auf dem 4-Stunden-Schaden, da sehen wir, okay, sehr, sehr schön, wie wir hier gebaut sind. Aber jetzt kommt wieder so dieses große Aber, was eigentlich nicht so Bombe ist. Wir haben hier einen ganz, ganz großen Schatten hinterlassen. Und mit Schatten meine ich eben, wir haben diesen großen Rig hinterlassen mit einigermaßen Volumen, was mich dann wieder ein bisschen positiver gestimmt hat. Weil wenn wir jetzt mal diese Volumen-Candles hier angucken, im Gegensatz zu zuletzt, kam da schon ein bisschen mehr Impulsivität rein. Das Problem war halt, wir konnten uns hier nicht über diesen Widerstand auf Daily-Sicht halten. Und da haben wir auch gerade schon mal drüber gesprochen. Daily-Sicht, Breakout aus diesem Falling-Broadening-Vedge ist viel, viel wichtiger als nur dieses 4-Stunden- oder 1-Stunden-Breakout, so wie wir es jetzt hier im Endeffekt hatten. Deswegen halte ich es auf jeden Fall für möglich, dass Ripple sich nochmal, genauso wie der Gesamtmarkt, nochmal ein bisschen Liquidität weiter unten holt. Das heißt, dass wir hier nochmal diesen Rig bei ungefähr 0,37,7 US-Dollar antesten. Das sollte es dann aber gewesen sein. Wir sollten nicht unbedingt wieder tiefer fallen oder schlimmstenfalls unter diesem Rig schließen. Sollten wir nämlich darunter schließen, haben wir ein tieferes Tief. Und das ist nicht gut. Und dann müssen wir uns ganz ehrlich wieder hier auf 0,36 bis sogar 0,35 US-Dollar anstellen. Das heißt, kurzfristig ist der Plan 0,37,7 anzutesten, einen leichten Bounce zu kriegen mit deutlich weniger Volumen und dann aber ein impulsives Breakout aus unserem Falling-Broadening-Vedge. Das wird extrem wichtig sein, weil ihr seht es jetzt nochmal hier auf dem Daily-Time-Film. Wir hatten hier noch kein nachhaltiges Breakout. Wir sind hier eindeutig darunter geschlossen. Klar, der Rig, der wird auch früher oder später wieder geholt. Deswegen wäre es eigentlich wichtig, 0,37,7 anzutesten, dann leichter Bounce mit wenig Volumen und dann aber langsam immer, immer mehr Volumen in den Markt reinzukriegen. Breakout aus den, was haben wir hier, 0,39 und dann zumindest die 0,40,94 beziehungsweise machen wir mal 0,41. Das ist so dieser Punkt. Da ein Daily-Close drüber und ich bin bullish, dass wir Richtung 0,44 US-Dollar auf jeden Fall steigen könnten. Vorher ist noch ein bisschen so ein bisschen die Ungereimtheiten. Klar, wir waren auf einem 1-Stunden-Chart, 4-Stunden-Chart mit Breakout da. Hat aber nicht gereicht. Daily-Breakout, das muss auf jeden Fall vorliegen. Trotzdem 0,37,70 im Blick behalten für potenzielle Long-Positionen, die uns dann zumindest in den Bereich der 0,41 bringen könnten. Und dann, wenn wir jetzt hier wieder ein bisschen näher heranzoomen, seht ihr schon, wir hatten hier einen Rig, wir hatten hier einen Rig und hier verläuft auch unsere blaue Linie, die wir auch schon länger hier in diesem Chartbild eben drin haben. Die bitte mal vermerken, auch bei euch. 0,41, Daily-Close, Bombe, nur ein Rig drüber wieder und drunter schließen, absolut bearish. Und die Seitwärtsphase, die wir hier schon seit einigen Wochen oder Monaten haben, könnte sich auf jeden Fall fortsetzen. Also insgeheim nicht wirklich was mega Bullishes. RSI absolut normal, keine Anzeichen hier für eine Bullish-Divergence, Bearish-Divergence-Volumen. Kleinere Timeframes kommt ein bisschen rein, größere Timeframes gefällt mir das Volumen noch nicht wirklich hier momentan. Dann blicken wir noch ganz kurz auf die News, Ripple expandiert weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate, Dienstleister nutzt XRP. Es gab ja schon mal, glaube ich, vor ein paar Wochen oder Ende des Jahres, also letzten Jahres, Ende des Jahres, schon mal ein paar News, dass XRP vor allem in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Dubai auch hier eine Partnerschaft geschlüsselt hat. Jetzt sehen wir hier, nächste Ripple kooperiert mit Joya Lucas Exchange, keine Ahnung, noch nie in meinem Leben gehört. Ich habe es wahrscheinlich auch komplett falsch, sage ich mal, ausgesprochen. Aber wir lesen es mal ganz kurz durch. Obwohl Ripple selbst noch keine offizielle Bestätigung seinen neuen Partner veröffentlicht hat, ist Matthews Wortlaut recht eindeutig. Das Unternehmen wird die XRP-basierte Technologie On-Demand Liquidity, ODL, nutzen, um mit ihr den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu optimieren. Das klingt doch auf jeden Fall gut. Das sind News, die wir sehen wollen. Das heißt, auch trotz dem ganzen Gelabern mit der SEC oder sonstigen Kack geht es hier auf jeden Fall voran. Es wird immer weiter genutzt. Das könnte uns auf jeden Fall ein bisschen weiter bringen. Wenn da vielleicht nochmal eine offizielle Ankündigung kommt, vielleicht auch hier ein schönes Breakout-Potenzial, einfach mal im Hinterkopf behalten. Aber dann würde ich sagen, war es das wieder für diese Woche. Gerne wie immer ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wenn es noch nicht gemacht hat, Telegram-Gruppe joinen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Start ins Wochenende, XRP-Community oder XRP-Freunde da draußen. Das war es von mir. Ich melde mich ab. Bis dahin. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto oder stay ripple. Können wir auch mal sagen. Stay ripple. Ciao, ciao.